Vorsorge, warum schon jetzt für die Zukunft sparen? Ich lebe doch heute. Aber wenn die AHV und die Pensionskasse nicht lagen, um das Leben später easy zu geniessen, darum gibt es Vorsorge sparen. Was ich jetzt einzahle, investiere ich in meine Zukunft. In ein Eigenheim, mich selbstständig machen, auswandern oder einfach finanziell sorglos leben im Alter. Darum sorge ich heute schon vor, für meine beste Zukunft. Mit GKB Joya 3a. Mit GKB Joya 3a.